Ah! Oh je Mini! Abadidi! Abadidi! Nein, nicht! Hallo Schwester! War ich das etwa? Viel Spaß! Und wieder ein neues Video! Ich bin gespannt! Mach's ab! Santiago, heute reagierst du ein zweites Mal auf deutsche Memes. Schau mal! Sie haben nichts zu filmen! Sie haben nichts ins Gesicht gefilmt! Das dürfen Sie nicht! Frontalaufnahme! Sie haben eine Straftat begangen! Oh weia, oh weia! Jetzt haben wir aber Angst! Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super! Echt super! Wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Äh... Ja... Ist alle! Okay, dankeschön! Ja, ein intelligenter Hochflieger! Oh! Kleine Spende bitte! Kleine Spende! Kleine Spende! Kleine Spende! Kleine Spende! Ja, das ist auchher. Das ist... Warum hier nur... Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, ist der jetzt vom Affenhebeln, oder war ich? Oh Gott, pass auf! Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren. Der hat den Reifen verloren. Ja, das haben wir ja alle gesehen, oder? Hau auf! Du Drogendealer, du! Du hast heute mit der Dorsche überschädelt, du! Verbrecher! Verschwind! Du! Wir verbrecher, du, Mülzenegg! Du stürzler, du! Oh, der Mutti ist aber gut drauf, oder? Was haben die genommen? Unsere Ampel schaltet auf Grün um, unsere. Auf Grün! Ja, auf Grün! Und sie fahren noch drüber, dann können sie nur Rot gehabt haben. Das ist ja technisch gar nicht anders möglich. Die Ampel hat, äh, 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 blau. Blau? Blau? Vorsichtig! 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 Schön gerade, ja! Ja, super! Super! Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Seid bitte vorsichtig! Sei ganz vorsichtig, bitte! Hey! Keine Kapiolen! Bitte! Ja, ja! Das will alles gelern sein, doch! Hey! Was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen? Komm, komm! Alarm! 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 Naja, das ist so dann die neueste Mode, ne? Feuerwehrmantel! Guten Morgen! Dörf ich fragen, wie die Stimmung ist? Ha! So! Scheiß Öziland! Sprengt's euch weg! Klingt aber ziemlich frustriert! Nie mehr Österreich-Urlaub! Vergesst es! Aber da sind sie ja ein bisschen selber schuld, wenn sie im Stau stehen, oder? Hau! Ab! So, komm! Geh zu! Geh zu! Hey! 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 Mal halb lang! Ja! Komm! Komm! Hau ab! Naja, für was so ein Bauch manchmal gut ist, oder? Ich kann dem angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig sie mal, halt! Oder ich kann zeugen auffordant mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Gut, das ist gut, ich bin! Ich glaube, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören. Ich glaube, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören. Ich glaube, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören. Ich glaube, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören, dass wir uns aufhören. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Diesen 600.000 Euro Rolls-Royce habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich zeig's dir! Ja, Junge! Wie schön für dich! Ja, das war doch wieder was. Vielen Dank, war sehr unterhaltsam. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr's möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!